Grüezi all, ich bin Carlo Bürgin, Ihr Kandidat von der FDP. Ah, von der FDP sind Sie. Das ist schon mal gut. Dann kann ich auf Ihre Stimme zählen. Auf jeden Fall. Und schon ist man im Gespräch. Seht euch aus, als würde ich FDP wählen? Seit dem Studium wähle ich SP treu und ergeben. Aber nimm doch noch ein Hanfgutzli mit auf den Weg. Er wählt zwar die falsche Partei, aber Gutzli backen, das kann er. Mhm. Interessiert ihr euch dann auch für Familien? Und was bei uns läuft? Oder nur für die Wirtschaft? Natürlich interessieren wir uns auch für die Familien. Hört sie zu, diskutiert sie mit den Leuten und erklärt sie unsere Positionen. Oh, was muss ich machen? Schon wieder wählen? Meine Rosenhäsche. Sie reden vieles Leben auf ihrem Weg von Tür zu Tür. Es braucht ein wenig Mut, aber die Wirkung ist gewaltig. Denn die Menschen ist gewaltig. Trennen. Soll es nur auf diesen Weg zu tun, die Menschen mit den Hunstern umgehen, Ich vermute das.